Du, ähm, sag mal, hast du eigentlich schon ein Geschenk für mich? Zu Weihnachten? Nein, jetzt. Ich bin ja bald schon soweit. Ihr Freilich. Ja? Ja, ja. Oh Gott, da bin ich ja gespannt. Ja, kein. Es ist aber keine Küchenmaschine, oder? Das fragst du, wenn du nicht schenkst, das ist ja schmarrn. Nein, schmarrn. Gut. Warum lang suchen, wenn es doch einfach auch geht? Spangler-Touristik.